Aus der Ferne betrachtet ist Österreich ein kleines Land. Allerdings mit großer Tradition und unermesslichen Kulturschätzen. Gesegnet mit einer intakten Umwelt in herrlicher Berg- und Seenlandschaft. Bekannt für den Charme und die Gastfreundlichkeit seiner Menschen. Das ist großartig, aber zu wenig. Österreich hat mehr zu bieten. Dynamische Unternehmen. Weltmarktführer in Nischenbereichen. Aber auch Klein- und Mittelunternehmer, die in ihrem Bereich täglich Großartiges leisten. Organisationen, auf die wir mit Recht stolz sein können. Menschen, die Österreich einzigartig und erfolgreich machen. Sie und viele andere. Alle sind wir Österreich. Diese Leistungskraft wollen wir in einer einzigartigen Aktion der ganzen Welt zeigen. Mit einem Gigapixel-Foto, das tausende österreichische Unternehmen, Marken und Menschen, prominente Sportler und Schauspieler in einem Österreich-Porträt vereint. Ein 360-Grad-Foto, in dem man hundertfach hineinzoomen, schwenken, suchen, Österreich entdecken kann. Und durch die Repräsentanten eines Unternehmens auf deren Homepage, beziehungsweise die Botschaft von österreichischen Bürgern durchklicken kann. Ein Foto, das mehrere Weltrekorde brechen und schnell die inoffizielle Plattform Österreichs im Internet werden wird. Der Rahmen, ein Mega-Event in der Wiener Stadthalle unter der Patronanz der Kronenzeitung. Sind Sie dabei? Bei Österreichs 360-Grad-Gigapixel-Porträt mit Best of Austria? Sichern Sie sich jetzt Ihre Teilnahme! Tele未ifelstelle Tele未ifelstelle Tele未afelstelle Tele未afelstelle Untertitelung des ZDF, 2020